Once I was seven years old, my momma told me that I was seven years old Ja, grüezi miteinander. Das hier ist ein französisches Lehrmittel, das heisst Milfoy. Und das ist der schlagende Beweis, dass so in der Lehrbahn 21 die Schule sich vorstellt, dass es nicht funktioniert. Der Lehrbahn 21 und das Milfoy haben beide den gleichen Grundehrtum. Und zwar vermitteln sie den Kindern nicht zuerst Grundlagen, jetzt im Französisch konkret Wörteln lernen, Wörteln üben, Grammatik lernen, Grammatik üben, sondern die Kinder an Aufgaben einlassen, die eigentlich an den Texten viel zu schwierig sind für sie, wo sie schwimmen, wo sie auch nach vier Jahren mit dem Milfoy eigentlich die einfachsten Alltagssachen im Französisch nicht sagen können. Das ist im Kanton Basel-Stadt soweit, dass sie der Ziegsdirektion einen Brief geschrieben hat und die Eltern abdeuten, dass sich bei den Eltern zuhause helfen sollen, dass die Schüler die Lernzeile im Französisch erreichen, weil es mit diesem Lehrmittel scheinbar nicht geht. So, und den gleichen Fehler, die dieses Lehrmittel erwiesenermassen, ihr könnt fast die Fragen weitergeben, den gleichen Fehler, die dieses Lehrmittel macht, wollen wir jetzt mit dem Lehrbahn 21 für alle Fächer machen. Zum Beispiel Mathematik steht explizit im Lehrbahn 21. Der Lehrperson darf nicht zuerst die Grundlagen vermitteln, sondern die Schüler sollen zuerst selber ausprobieren, wenn sie nicht daraus kommen, zusammen reden und erst dann zum Lehrer gehen, steht explizit im Lehrbahn 21. Mit dieser Didaktik, mit dieser Art Schulzugänge, macht man die Schere in der Klasse riesig auf. Ein paar starke Schüler werden das vielleicht schaffen und der grösste Teil hat keine Ahnung, um was es geht. Und darum bitte ich euch wirklich, am 21. Mai Ja zu einer guten Farbschule ohne Lehrplan 21 zu stimmen. Zum Wohl von unseren Kindern, zum Wohl von unseren Schulen und zum Wohl von unseren Familien.